In diesem Video möchte ich gerne mit euch darüber sprechen, was Ionic überhaupt ist. Nun, im Wesentlichen ist Ionic ein Framework. Und dieses Framework unterstützt den Entwickler bei der Erstellung mobiler Anwendungen, also von Apps. Wie macht es das? Nun, er stellt vordefinierte Funktionen bereit. Diese können JavaScript-Komponenten, CSS-Komponenten etc. sein. Die kann der Entwickler sehr einfach nutzen, um besagte App zu produzieren. Weiterhin definiert es Standards und Richtlinien, damit insbesondere in einem großen Team nicht jeder vor sich her programmiert, sondern tatsächlich ein Pfad eingehalten werden kann. Dabei kombiniert Ionic unterschiedliche Frameworks. Das heißt, Ionic hat unter der Haube tatsächlich noch andere prominente Frameworks und stellt damit im Gesamten ein SDK bereit, also ein Software-Developer-Kit, mit dem wir in der Lage sind, native Anwendungen zu entwickeln. Und das auf Basis von modernen Web-Technologien, also HTML, JavaScript, CSS. Und last but not least, die Veröffentlichung für Android und IOS. Das heißt, die Anwendungen sind anschließend unter der Android- und IOS-Plattform nutzbar. Wenn wir weiter darüber nachdenken, lasst uns schauen, welche Frameworks denn und welche Technologien denn Ionic tatsächlich unter der Haube hat. Das ist zum einen Node.js, Git, Bova und Gulp. Das sind Frameworks, mit denen wir in der Lage sind, Bildprozesse, also Erzeugungsprozesse abzubilden. Werden wir gleich noch im Detail etwas näher kennenlernen. Zusätzlich implementiert es AngularJS. Das ist eigentlich so ein ganz mächtiges Tool hier in dieser gesamten Ionic-Welt, denn alle Komponenten, die auf JavaScript zum Beispiel basieren, natürlich auch auf AngularJS. AngularJS ist aber ein Framework, womit wir Web-Applikationen machen. Und jetzt ist ja die Herausforderung gewesen, dass wir mobile Apps machen wollen. Und dafür kommt Cordova entsprechend ins Spiel. Cordova ermöglicht es hybride Anwendungen, also Cross-Plattform-Applikationsentwicklung für mobile Endgeräte zu realisieren, für unterschiedlichste Endgeräte von IOS, Android, Windows Phone und whatever. Und dies ist ebenfalls als Bestandteil von Ionic. Last but not least, SAS. Das ist ein Präprozessor für CSS. Damit kann ich programmatisch CSS machen. Hört sich wild an, unterm Stich wirklich ganz einfach. Wenn wir die einzelnen Technologien uns etwas genauer anschauen, dann lasst uns einmal ganz kurz gucken, dass wir nämlich schauen, wo finden wir überhaupt Angular. Und da sehen wir, dass Angular unter angularjs.org zu finden ist. Da ist die aktuelle Version von Angular. Und wenn ihr die dann hier herunterladen wollt, beziehungsweise natürlich in ein Dokument schnökern wollt, dann ist das die URL, die ihr besuchen solltet. AngularJS ist ein HTML-Applikations-Framework, speziell gesagt ein Framework, das Single-Page-Applications, SPAs, erzeugen kann. Dabei unterstützt uns AngularJS bei der einfachen Bindung von Modellinformationen innerhalb einer View. Das heißt, AngularJS schafft eine Bindung zwischen den Daten, die im Speicher sind und dem, was der Benutzer sieht. Zusätzlich ermöglicht es uns, AngularJS Komponenten zu erzeugen. Diese Komponenten können in Form von Dokumentenfragmenten entsprechend eingesetzt werden oder auch als zusätzliche Attribute in der HTML-Welt angewandt werden. Weiter ermöglicht es uns, AngularJS Controller auf bestimmte DOM-Elemente aufzusetzen. Das heißt, ich kann einem DOM-Element mittels eines Controllers sagen, wie es sich verhalten soll, wenn beispielsweise draufgeklickt wird oder whatever. Und es ermöglicht das Routing und Deep-Linking. Das heißt, AngularJS erlaubt es mir, dass ich mittels einer URL, die ich im Browser eingebe, unterschiedliche States meiner Anwendung betrachten kann. Das Ganze macht es, und das ist das Besondere im Grunde genommen, dass es es schafft, Applikationslogik komplett von der DOM-Darstellung einzutrennen. Das heißt, ich muss an dieser Stelle kein Code in meinen DOM-Darstellungen dann mitprogrammieren, sondern kann das komplett losgelöst machen über Controller und Co. und stelle damit im weitesten Sinne das MVC-Pattern dar. Weiterhin verwendet Ionic Cordova. Cordova ist von Apache. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, sehen wir auch einmal ganz schnell den Link inklusive dann den Dokumentationen, Plugins, Blog und Co. Und Cordova ist ein Framework, das es uns erlaubt, hybride App-Entwicklungen zu machen. Das heißt, dieses Framework erlaubt es uns, einmal auf Web-Technologie basierte Apps auf unterschiedliche Endgeräte zu exportieren. Wie gesagt, Android, iOS, Windows Phone und viele mehr. Schaut es euch an, das ist extrem interessant. Und das verwendet Ionic an dieser Stelle, um uns zu ermöglichen, dann die Ionic Apps auch tatsächlich auf mobile Endgeräte zu veröffentlichen. Das Ganze macht Cordova auf Basis von Web-Technologien, also HTML, JavaScript und CSS. Dabei stellt Cordova eine Brücke zur nativen Umgebung dar. Das heißt, Cordova ist so ein Framework, das nativ innerhalb der App dann abgelegt wird. Stellt dann anschließend eine HTML-View dar. Und in dieser HTML-View könnt ihr dann euren eigenen Code hinzufügen und darstellen lassen. Und per JavaScript seid ihr dann in der Lage mittels der Cordova-Brücke auf die Systemwelt zuzugreifen. Dafür stellt euch Cordova dann entsprechend eine JavaScript-API zur Verfügung. Weiterhin hatte ich gesagt, dass es SES noch zusätzlich gibt. SES ist wie gesagt ein Pre-Processor für CSS. Hört sich wahnsinnig kompliziert an. Aber im Grunde genommen bedeutet es nur, dass ihr etwas effizienter CSS machen könnt. Und das könnt ihr dadurch machen, dass ihr quasi so eine kleine Script-Sprache habt. Keine Angst, ihr müsst an dieser Stelle noch nicht großartig programmieren. SES-Script ist im Grunde genommen nur die Möglichkeit, CSS verschachtelt darzustellen, mit einfachen Funktionalitäten einzubinden, Variablen zu nutzen und die Verschachtelung so zu verwenden, dass dann tatsächlich auch die CSS-Strukturen sauber zueinander dann angelegt werden. Es ermöglicht uns also ein Stück weit die objektorientierte Vorgehensweise auch in der CSS-Welt. Weiterhin lasst uns über die Bildschicht sprechen, also die, wo wir unterschiedliche Prozesse realisieren können, die für die Veröffentlichung oder zum Entwickeln notwendig sind. Dafür ist im Kern zunächst einmal Node.js wichtig. Das findet ihr unter nodejs.org. Und dieses Node.js ist eine JavaScript-Laufzeitumgebung für diverse Betriebssysteme. Bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, als dass ihr tatsächlich in JavaScript Prozesse programmieren könnt, die dann anschließend in eurem Betriebssystem abgelaufen werden bzw. abgearbeitet werden können. Das ist im Grunde genommen Sachen, die man früher unter Macintosh, beispielsweise über Apple Scripts oder bei Windows ganz rudimentär durch Patch-Prozesse programmieren konnte, kann man heute mit Node.js machen. Zusätzlich gibt es ein Framework, das nennt sich Gulp. Und dieses Gulp.js-Framework, das ist eigentlich wahnsinnig interessant. Das findet ihr unter Gulp.js.com. Und Gulp.js ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass JavaScript zur Automatisierung von Arbeitsabläufen dann verwendet werden können. Das heißt, das sind kleinere Scripts und kleinere Module, die es uns ermöglichen, dann bei der Veröffentlichung oder beim Testing unserer Projekte Automatismen durchführen zu lassen. Ein ganz einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, bevor eine App veröffentlicht wird, minimiert es den JavaScript-Code, nachdem es ihn konkateniert hat. Und Co. Dann Git. Was ist nun Git? Zunächst einmal, Git findet ihr unter git-scm.com. Und Git ist ein Versionierungssystem, mit dem seid ihr in der Lage, Software zu versionieren. Ganz wichtig, Github wiederum ist ein File-Hoster, das unterschiedliche Git-Repositories, also diese Visualisierungssysteme zur Verfügung stellt. Und von Github seid ihr in der Lage, unterschiedliche beispielsweise JavaScript, CSS-Bibliotheken und Code zu erhalten und das dann versioniert. Das heißt, ihr könnt dann immer wieder hingehen und unterschiedliche Versionen von diesen Frameworks haben. So ist beispielsweise auch bei AngularJS, wenn wir hier mal kurz zurückgehen, die Möglichkeit, dass ich mir AngularJS direkt über Github beziehen kann oder per Download-Link. Und wenn ich das per Github mache, könnte ich dann hier die unterschiedlichen Versionen beziehen. So wie wir es mit AngularJS machen können, können wir es im Grunde genommen mit allen anderen großen Frameworks auch machen. jQuery, Bootstrap und viele, viele mehr. Und hier kommt BOA ins Spiel. Bauer findet ihr unter Bauer.io. Und das ist so cool, weil Bauer im Grunde genommen wahnsinnig intelligent ist, denn Bauer weiß, was es denn in Github und Code alles für wunderschöne Projekte gibt, die ihr dann beziehen könnt. Und wenn ihr dann diese Projekte einbinden wollt, könnt ihr dann in Bauer dann einfach so eine Konfigurationsdatei ablegen. Und sobald ihr diese Konfigurationsdatei habt, könnt ihr dann sagen, welche Repositories ihr braucht. Und anschließend geht das System dann hin und guckt dann nach, wenn zum Beispiel eine bestimmte Bibliothek benutzt werden muss, welche Zusatzbibliothek muss ich als Abhängigkeit noch runterladen und so weiter und so weiter. Das heißt, BOA ermöglicht es euch ganz einfach, die Bibliotheken und weiteren Frameworks, die ihr in eurem Projekt nutzen wollt, dann zu verwalten und zu steuern. Also, es installiert Komponenten in eurem System. Na nun, das war's im Grunde genommen. Das ist der Bestandteil von IONIQ. Und ihr seht, wie viele unterschiedliche Frameworks im Grunde genommen dieses SDK dann zusammenfassen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020